Heute geht es um Jujenko, Tanja und auch ein wenig um Bibi und die Frage, sind die Fans zurecht sauer auf Jujenko oder sagt ihr, ne, so ein bisschen too much ist das am Ende schon. Was ist jetzt überhaupt passiert? Jujenko hat vor einer Woche ein Posting gemacht zusammen mit Tanja und ihr auch zum Geburtstag gratuliert. Ich lese mal kurz vor. Alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Schatz. Ich hoffe, du wirst einen wunderschönen Tag haben. Du ahnst gar nicht, wie glücklich du mich machst und wie sehr ich jede einzelne Sekunde mit dir genieße. Ich liebe dich. Und ja, es ist ja im letzten Jahr viel passiert. Die Trennung mit Bibi, die ganzen Schlagzeilen, das war ja auch bei mir auf meinen Kanälen locker zwei Monate Thema. Jetzt ist er auch schon wieder eine Weile mit der Tanja zusammen und schwer verliebt. Ich glaube, das sieht hier ein bisschen nach New York aus. Ich könnte mich ja gerne verbessern. Zumindest die Hochhäuser deuten drauf hin. Da kann natürlich auch eine andere Großstadt sein. Ihr könnt mich gerne aufklären. Ansonsten, ja, das Bild so weit, so schön. Ja, haben den Frühling miteinander genossen, so wie man das auch machen sollte. Und einigen ist dann aber aufgefallen, Mensch, was ist denn bei Jujenko auf dem Kanal los? Und zumindest vorübergehend waren die Videos von Jujenko auf seinem YouTube-Channel, wo er auch über vier Millionen Abonnenten hat, privat gestellt vorübergehend. Ich habe jetzt nochmal geguckt, jetzt sind anscheinend wieder einige online. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Serverproblem war oder vorübergehend mal kurz was privat gestellt hat oder keine Ahnung, oder jetzt die Kritik nicht abkönnte und gesagt hat, komm, ich stelle die wieder alle online, bevor die alle rumheulen. Hier, da sind ja vollkommen durchgedreht manche Leute. Da muss man auch teilweise sich fragen, okay, ist es jetzt richtig und kann man sagen, okay, man kann die Leute verstehen? Oder sagt man sich dann vielleicht auch, boah, nee, das ist doch wirklich langsam ein bisschen zu viel, also was die da teilweise geschrieben haben. Vor allen Dingen fragt man sich dann auch wirklich bei manchen Leuten, ja nicht bei allen, aber bei manchen Leuten, ist der EQ über Zimmertemperatur bei denen oder nicht? Also ich kann ja verstehen, wenn man jetzt wirklich die Videos von Bibi und Jujenko gern gesehen hat als Kind, Jugendlicher oder als junger Erwachsener, also bei jungen Erwachsenen muss ich schon sagen, hinterfrage ich das zum Teil, weil viele Videos sehr, sehr albern und dämlich waren. Also ich finde das dann schon teilweise ein bisschen grenzwertig, wenn man dann schon erwachsen war und sich das gerne angesehen hat. Klar gab es da auch Vlogs, die waren ganz normal, ja, das hat sich dann auch über die Jahre auch ein bisschen erwachsener entwickelt, als die Kinder dann kamen, aber gerade so die ersten Jahre waren ja sehr kindisch angehaucht. Und wenn man da jetzt mal unter 12 war oder meinetwegen 13, 14, 15, kann ich das vielleicht noch verstehen, dass man das ganz gerne geguckt hat. Aber alles, was drüber war, da ist man doch irgendwie da auch rausgewachsen relativ schnell, oder? Aber nun gut, dennoch gab es da sehr viele, die jetzt sehr sauer waren, weil diese Videos vorübergehend wirklich alle weg waren. Und mal sehen, wie es jetzt da weitergeht, die nächsten Tage. Ich denke mal, bis das Video online kommt, das kommt ja schnell online für euch, ist das Thema noch aktuell. Und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, habt ihr die Videos vermisst? Fandet ihr das auch traurig? Ist auch eure Kindheit komplett zerstört worden? Also, die Kommentare meine ich zum Teil. Da muss man wirklich sich fragen, sind die Leute irgendwie zu heiß gebadet worden? Oder ist da irgendwie der Intelligenzquotient wirklich unter Zimmertemperatur? Das kann ja wirklich nicht wahr sein, ja? Also hier schon zum Beispiel jemand, das zum Glück auch kein Profil wird, da kann ich jetzt auch mal ein bisschen harscher sein. Du hast meine Kindheit gelöscht! Alle Videos weg! Jetzt hasse ich Tanja! Also das hat auch sogar ein paar Likes bekommen. Und das ist vor einer Stunde gepostet worden. Also ich habe jetzt geguckt und da waren jetzt wieder die Screenshot, also der Screenshot ist aktuell, da waren wieder einige Videos online. Vielleicht dauert das jetzt eine Weile, bis wieder alles online ist. Aber alles ein bisschen komisch. Also ich werde auch noch mal als Fazit einiges dazu sagen, ja? Dann hier auch noch mal jemand, die halbe Kindheit weg, das tut mega weh. Also wenn die halbe Kindheit daraus bestanden hat, sich Bibi und Jujenko anzuschauen. Na gut, ja? Also da gibt es dann wirklich spannende Filme und Serien und Co., ja? Aber ich verstehe es auch so ein bisschen, wenn man damit aufgewachsen ist, dass man auch sagt, okay, das tut mir jetzt wirklich leid. Dann geht es hier weiter, ja? Es wird hier mal heißer. Du kannst zwar die Videos löschen, aber du kannst die Vergangenheit nicht ausradieren. Ich finde das so extrem schade, wenn du das Tanja zuliebe gemacht hast. Finde ich es echt schade. Also da werden ihm auch gleiche Sachen vorgeworfen und das wäre jetzt alles auf Tanjas Mist gewachsen. Und immer ist Tanja schuld, ja? Das müsst ihr auch merken, ne? Dann geht es hier weiter. Warum löscht du alle Videos? Finde ich echt schade. Ich habe die Videos egal geschaut und jetzt sind alle weg. Also theoretisch hätte es auch die Möglichkeit gegeben, ja? Sich die Videos runterzuladen, ja? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten auf YouTube. Entweder wenn man ein Premium hat, kann man die sich runterladen. Ansonsten kann man die aber auch mit irgendwelchen Tools runterladen. Und dann kann man die sich auf der Festplatte abspeichern. Dann kann man auch immer wieder sich die Videos reinziehen, ja? Ich wage auch zu bezweifeln, dass die Leute wirklich jeden Tag sich den Kram da reingezogen haben. Und man muss ja auch gucken, sie steht hier Lexi Official 1997. Wenn die jetzt wirklich 26 ist. Aua. Ja. Also, weiß ich nicht, da war die ja zur Bibi-Hype-Zeit. Wann war das? 2015, 2014? 2016 waren die, glaube ich, auch noch 2017. Drehen wir sechs Jahre zurück, da war sie auch schon 20 dann, ne? 25. Also jetzt ist die 26. Da war die dann wirklich, ja, zumindest erwachsen, ja? 19, 20 rum. Klar, wenn sie jetzt mit 16, 17, klar kann man auch zu denen ausschauen. Die sind ja auch ein bisschen älter, Bibi und Jojenko. Die sind ja auch jetzt 30, ne? Da kann man natürlich auch quasi zu den vermeintlich coolen großen Bruder und großen Schwester auf YouTube sich da auch verbunden fühlen. Ich will jetzt auch nicht zu fies sein, aber ich finde manchmal schon manche Kommentare echt ein bisschen schwierig. Dann geht es hier weiter. Echt schade, dass du die tollen Videos gelöscht hast. Da war auch sehr viel Murks bei. Wo ich auch echt verstehen kann, aber da kommen wir später zu. Leider, Leute, ihr könnt ja bei YouTube Abo beenden, dann wird er halt unpopulär. Also ich glaube, ihnen juckt das jetzt wenig, was jetzt auf YouTube abgeht, wenn er seit über einem Jahr noch nichts mehr hochgeladen hat. Aber na gut. Warum hast du unsere Kindheit gelöscht? Also auch eine Person, ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist, aber meine Güte, ja. Dann, wieso sind denn deine YouTube-Videos weg? Dann aber auch noch ein paar nette Kommentare. Mal eine Frage an die, die schreiben, ihre Kindheit wurde gelöscht. Okay, das jetzt wird sehr kritisch. Was hattet ihr denn bitte für eine medienverkorkste Kindheit? Muss ich ganz klar unterschreiben. Ja, ich bin wirklich fassungslos. Das Leben geht weiter, fertig. Es ist Jujanko, Jujankos Entscheidung. Sein Kanal, seine Entscheidung fertig. Es ist niemand einer Rechenschaft schuldig, oder? Hätte er euch alle zuvor um Erlaubnis bitten müssen oder sollten? Kommt mal wieder klar, Leute. Und da muss man auch ganz klar sagen, das kriegt ihr auch von mir ein Like. Das ist eine erwachsene Sicht der Dinge. Das ist ja nun mal seine Entscheidung, was er mit seinem Kanal macht. Das sind seine Videos, das sind seine Erinnerungen. Das ist sein Kanal, das ist seine Reichweite. Und wenn er solchen Content, wie ich ihn hier auch mal einblende nochmal, nicht auf seinem Kanal haben will, dann weiß ich auch, ihn zu verstehen. Als großer Fan oder auch als Mensch, der einfach nur sagt, oh Gott, das wären mir mit über 30 auch unangenehm, solche Challenge-Videos und irgendwelche ultrakindischen Videos vor 10 Jahren da immer noch online zu haben, die einem vielleicht gar nicht mehr gefallen. Also ich hätte es anders gelöst. Also ich werde auch zum Fazit mal durchgehen. Also es scheint ja auch wieder so, als würde ich alles online stellen. Wie kindisch immer dieses Gelöscher von Influencer, als ob man in der Vergangenheit löschen könnte und dann noch die Mutter seiner Kinder löschen. Also so ein Blödsinn. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Frau hier ist. Es scheint ja eine erwachsene Frau zu sein. Was schreiben die Leute da? Ich bin wirklich fassungslos. Ich finde das echt zum Kotzen. Wie alt seid ihr denn? Vorbildlich ist das nicht für eure Kinder. Dann geht es hier weiter. Das lese ich auch nochmal vor. Ihr merkt auch für die Quintessenz der Leute. Die Leute sind da wirklich auf 180. Ja, es ist schade, dass es die ganzen Videos gelöscht hat. Aber meine Güte, das Leben geht weiter. Er hat meine ganze Kindheit zerstört. Habt ihr also eure gesamte Kindheit nur damit verbracht, seine Videos zu schauen? Ja, das ist echt traurig. Muss ich ihr auch recht geben. Scheint ja auch ein paar Leute zu geben, die noch was in der Hirse haben. Gott sei Dank. Ich habe sie mir auch angeschaut, aber meine Kindheit bestand nicht nur daraus. Die Zeiten ändern sich nur mal und überlegt mal, was er früher alles gab. Serien, Sendungen, Spielzeit, etc. Was es in unserer Kindheit gab. Und heute gibt es vieles davon nicht mehr. Da macht doch auch keiner von euch so einen Riesenaufstand. Ja, muss man auch definitiv nochmal ein Like da lassen. Es gibt auch noch so einzelne Leute, wo man sagt, okay, da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Aber ihr seht, da sind auch wirklich erwachsene Leute oder junge Erwachsene, die nicht mehr 12, 13, 14, 15 sind, die trotzdem da so vollkommen fertig sind mit den Nerven. Und ich muss sagen, also erst mal ganz klar ist es seine Entscheidung, was er auf seinem Kanal haben möchte. Und ich kann auch verstehen, dass er vielleicht nach einem Jahr der Trennung, also die Trennung ist ja fast ein Jahr jetzt durch, er ist jetzt neu verliebt, ist auch schon eine Weile hier mit der Tanja glücklich liiert, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht, wenn ich auf YouTube was hochlade, einen neuen Start haben. Ich hätte es allerdings so gedürzt, ich hätte mit meiner Community natürlich auch mal drüber gesprochen, hat gesagt, Leute, bevor wieder Leute unfassbar sauer sind oder traurig oder whatever, ich möchte den Content, den ich bislang auf Julienko hatte, auf Privat stellen. Ich kann mich mit dem Content jetzt nicht mehr so wirklich identifizieren. Ich weiß aber, dass da viele von euch dran hängen. Und viele, die Videos vielleicht im Nachhinein noch gerne nochmal schauen wollen. Und ich habe einen neuen Kanal gemacht, Julienko Reupload. Und dort lade ich die nächsten Wochen alle Videos nochmal als Reupload hoch. Das hätte nochmal nur ordentlich Geld gebracht. und teile die auch für euch in der Story. Dann könnt ihr euch dort nochmal alle anschauen. Das wird die nächsten Wochen gemacht. Da hätte ich einfach irgendjemand eingestellt, der sich das da chronologisch alles runterlädt und wieder hochlädt. Oder man hätte es selber machen können. Ja, so schwer ist es auch nicht. Da hätte ich vielleicht ein paar Tage Arbeit gekostet. Und dann hätte ich das gemacht, okay, mit voreingestellten Zeiten. Ähm, weiß ich nicht, Daily-Content. Im Dezember hätte ich es wahrscheinlich schon gemacht, ja. Ortlich den CPM nochmal mitgenommen. Und, ähm, der hätte ja wahrscheinlich auch den Play-Button dort gehabt. Vielleicht nochmal 100, 200, 300, 500.000 Abos dort gemacht. Schnell mal hochgezogen, so ein Kanal. Nochmal seine 10, 20, 30.000 mitgemacht zur Trennung. Und dann auf seinem neuen Kanal neu durchstarten können. Ja, mit neuem Content eventuell. Wäre cleverer gewesen als so, aber nun gut. Und dann wären alle zufrieden gewesen. Und es hätte nochmal ordentlich Geld gebracht, ja. Also, Jujenko, wenn du Tipps brauchst, such dir. Also, der hat, das ist ja, glaube ich, sein eigenes Management. Aber, wie gesagt, melde dich gerne. Äh, wäre auf jeden Fall, glaube ich, cleverer gewesen. Am Ende ist es aber seine Entscheidung, was er mit seinem Kanal macht. Ich finde es auch irgendwie unsäglich und auch sehr traurig, dass Leute wirklich sagen, ist meine ganze Kindheit gelöscht. Also, da muss man wirklich die Kindheit der Leute hinterfragen, wenn wirklich das einzige Highlight darin bestand. Ähm, die Videos von Bibi und Jujenko zu sehen, die wirklich zum Teil sehr kindisch waren. Ja, ich habe euch die Phamten jetzt ja hier gerade gezeigt. Ja, also, ihr wisst ja, was die da teilweise hochgeladen haben. Und da kann ich auch verstehen, dass man als Erwachsener am anderen vielleicht auch mal sagt, okay, das muss ich jetzt nicht unbedingt jetzt die nächsten 20 Jahre auf meinem YouTube-Channel haben. Möchte vielleicht jetzt in Zukunft ein paar Vlogs ab und zu mal hochladen für meine, äh, Zuschauer, die mich noch mögen oder sehen wollen. Nein, aber nicht mehr diesen Kram, ja. Und ich hätte das mit einem zweiten Kanal mit Jujenko reuploaded gelöst und hätte auch gesagt, ey, der Reupload-Kanal ist auch ein Live-Channel. Wenn ich ab und zu mal live gehen will, ähm, werde ich da mit euch mal so einen Talk machen, äh, zusätzlich zu diesen Reuploads, die dort online kommen. Weiß ich nicht, wie viele Videos hat der gemacht? 100, 200, 300 Videos, ähm, die da hochgeladen werden. Das hätte ich wahrscheinlich wirklich im Oktober angefangen letzten Jahres. Oktober, November, Dezember. Komplett den Content, Daily-Content hochgeladen und dann, ähm, ab und zu Live-Talks gemacht, wie ich das jetzt zum Beispiel auf meinem DaVinci-Talks-Kanal immer mache. Und, ähm, dann wären alle zufrieden gewesen und dann hätte er da auch eine gute Reichweite gehabt. Und auf seinem neuen Kanal hätte der dann, äh, durchstarten können mit Vlogs oder whatever, ja, und hätte nochmal einen Zweitkanal mit ordentlich passiven Einkommen gehabt, na. Also gut, äh, mich fragt ja niemand, ihr könnt gerne unten reinschreiben, wie ihr das jetzt so empfunden habt, findet ihr das auch übertrieben oder sagt ihr, ne, die haben vollkommen recht, meine Kindheit wurde auch zerstört und ausgelöscht dadurch, na. Kannt ja unten reinschreiben, bis dann und ciao, ciao.